Ich bin wirklich sehr aufgeregt, denn ich möchte über eine Buchreihe reden, über die niemals irgendjemand spricht, die niemals komplett ins Deutsche übersetzt wurde und die wirklich in Vergessenheit einfach geraten ist. Zu Unrecht, wie ich meinen würde. Und das ist auch ein Grund, warum es spannend ist. Zu diesem Zeitpunkt, als ich das hier aufnehme, habe ich diese Reihe noch nicht beendet, ich habe nur die ersten drei Bücher gelesen. Und wir reden spezifisch über Galaxy of Fear, also die Galaxie der Angst. Der Titel wurde im Deutschen nicht übersetzt. Das hier ist eine Jugendbuchreihe, ähnlich wie Junior Jedi Knights, Young Jedi Knights, Jedi Padawan, die ganzen Klassiker, wir wissen es. Der Unterschied hierbei ist, Galaxy of Fear ist eine Horrorbuchreihe. Ich nenne es Horror, aber es ist eher, ich weiß nicht, wie genau man dieses Genre nennen würde. Teen Horror? Es ist inspiriert von den Goosebumps-Kinderbüchern. Es sind also einfach kleine, gruselige Horror-Stories für Heranwachsende. Und ihr alle dachtet immer, oh, aber der Roman Death Troopers, zu deutsch, der Todeskreuzer von Joe Schreiber. Oh, das war doch das erste Star-Wars-Horrorbuch, weil es hatte Zombies. Nö, 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 nö. Galaxy of Fear kam zuerst. Und ganz ehrlich, wie gesagt, ich habe erst die ersten drei Bücher gelesen, zum Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme. Und ich sage jetzt schon, diese Reihe ist zu Unrecht zu vergessen. Die ist erstklassig. Einfach großartig. Geschrieben wurde diese Reihe, also alle zwölf Bücher dieser Reihe, von John Whitman. Whitman hat auch an den Audiodramas mitgearbeitet. Etwa die Adaptionen von Dark Empire oder Tales of the Jedi und den Dark Forces-Romanen von William C. Dietz. Und wow. Nach dem Lesen dieser Bücher, glaube ich, der gute Mann ist, der ist fast schon überqualifiziert, Kinderbücher zu schreiben. Diese Dinger sind so hammergeil. Ich muss einfach gleich ins Detail gehen. Also kommen wir zum ersten Buch dieser Reihe. Nämlich Galaxy of Fear, Nummer 1, lebendig begraben. Im Original Eaten Alive. Was den Inhalt besser trifft, denn begraben wird hier eigentlich niemand. Dieses Buch erschien 1997, also schon gegen Ende der Bantam-Ära. Und unsere Story spielt, also die gesamte Reihe, spielt zwischen Eine neue Hoffnung und Das Imperium schlägt zurück. Dieser erste Band stellt schon mal klar, er beginnt sechs Monate nach der Zerstörung des ersten Todessterns. Und wir folgen unseren Hauptcharakteren. Und das sind die Geschwister, Bruder und Schwester, Zack und Tash Aranda von Alderaan, die ihre Eltern verloren haben und jetzt bei ihrem Onkel aufgezogen werden. Dem Shido-Gestaltwandler, Mometh Hool. Und das ist schon mal die erste Verknüpfung. Mometh Hool ist nämlich ein Charakter, der erstmals eingeführt wurde in Cavendish Andersons The Illustrated Star Wars Universe. Das war ein Buch, das sich mit den verschiedenen Planeten aus der Originaltrilogie beschäftigt hat, in Form eines Textes, geschrieben von Forschern und Dichtern und Charakteren einfach innerhalb des Star Wars Universums. Und einer davon war Mometh Hool. Direkt so eine Kontinuitätsverbindung hier zu haben, ist natürlich schon mal ein großes Plus. Und es wird im Lauf der Reihe nur noch besser. Die Story von Lebendig Begraben ist sehr einfach. Zack und Tash Aranda sind eben mit Onkel Hool unterwegs und dem Droiden, D.V.9. Und sie landen auf einer Welt namens Devourin, wo anscheinend ständig Leute spurlos verschwinden. Wer des Englischen mächtig ist, kann sich natürlich schon denken, das, was da auf dem Planeten Devourin vor sich geht. Ich will mal versuchen, nicht allzu viel zu spoilern, was diese Bücher angeht, denn ich empfehle euch dringendst. Sucht sie. Wenn schon nicht die tatsächlichen Taschenbücher, weil die können teuer sein, versucht vielleicht eine PDF online zu finden. Aber vertraut mir, wenn ihr das geringste Interesse habt, wenn ihr euch denkt, Galaxy of 4 hört sich interessant an, versucht an diese Bücher zu kommen. Sie sind hammergeil. Also, das ist im Grunde die Story. Unsere Hauptcharaktere, unsere Gruppe trifft da ein und sie kommen diesem Geheimnis auf die Spur, was da vor sich geht. Auf dem Planeten Devourin und wieso da die Leute verschwinden. Und das alles ist im Stil dieser Goosebumps-Bücher gemacht. Also, wir haben eine, ich nenne es mal Horror-Atmosphäre. Und damit komme ich zu dem größten Stilmittel dieser Bücher. Diese Bücher, jedes einzelne davon, jedes einzelne Kapitel in jedem Galaxy of 4 Buch endet auf einem Cliffhanger. Manchmal sind es größere, manchmal sind es kleinere, manchmal ist es okay und spannend und manchmal ist es ein bisschen albern, wie es dann aufgelöst wird. Denn, beispielsweise, hier drin gibt es ein Kapitel, oh, Tash Aranda, unser Hauptcharakter, unsere weibliche Hauptfigur. Läuft die Rampe vom Schiff runter und dann spürt sie plötzlich, wie von hinten Hände nach ihr greifen und ihr etwas über den Hals legen. Das Kapitel ist zu Ende, nächstes Kapitel, aber es waren nur ihre Gastgeber auf dem Planeten, die einen Blumenstrauß, Kranz, was auch immer, um den Hals legten. Es ist, ganz ehrlich, mir gefällt's, denn so bleibt man zumindest bei der Sache. Diese Bücher sind auch wirklich kurz, nicht, dass da Langeweile aufkommen würde. Aber das ist, ich weiß nicht, ich finde das charmant. Und zudem, und da möchte ich erneut nicht allzu viel spoilern, aber das, das sag ich hier gleich, das ist keine allzu große Sache. Jeder Galaxy of Fear Roman beinhaltet einen Cameo von einem Charakter, den wir kennen, aus den Filmen oder aus dem Expanded Universe. Und da kommen einige echte Überraschungen auf uns zu. Hier in diesem ersten Roman, das kann ich sagen, das ist nämlich ganz simpel, da treffen unsere neun Charaktere hier auf Han, Luke, Leia, Chewie und die Druiden. Die sind auch auf dem Planeten Devourin, führen ein paar Seiten, die suchen dann nach irgendjemandem, Rebellenkontakt. Sie sprechen mal kurz mit den Aranda-Geschwistern und Hul und dann gehen sie. Dann sind sie raus aus der Handlung, quasi. Und es ist einfach nur so ein netter Cameo. Und während wir hier unsere Hauptstory haben, rund um die Arandas, haben wir auch diese, ich nenne es mal Rahmenhandlung. Im Prolog des Buches folgen wir nämlich einem imperialen Wissenschaftler. Und wir haben als Leser keine Ahnung, was da Sache ist. Er redet mit Darth Vader davon, dass sein neuestes Experiment kurz vor der Vollendung steht. Und als Leser weiß man noch nicht, was es damit auf sich hat. Und die Storyline rund um diesen bisher namenlosen und gesichtslosen Wissenschaftler wird dann in den nächsten Bänden noch weitergeführt. Was die Charaktere angeht, Onkel Hul ist sehr interessant. Erstens, er ist ein Gestaltwandler, das finde ich, ist mal was Nettes, ist mal was anderes. Und er ist ein mysteriöser Charakter. Zumindest für Tash und Zack. Denn sie wissen so gut wie nichts über ihren Onkel. Und übrigens, Tash und Zack, sie sind Menschen. Und wie sie mit diesem Shiido-Gestaltwandler verwandt sind. Er ist der Bruder vom Mann ihrer Tante. Er ist also nicht blutverwandt. Und Zack und Tash fragen sich, was es wohl mit ihm wirklich auf sich hat. Denn seit sechs Monaten, seit Alderaan zerstört wurde und sie ihre Eltern verloren haben, reisen sie jetzt mit ihrem Onkel Hul durch die Galaxis. Und er macht Stopps auf allerlei Welten, weil er ist so ein Gelehrter, Wissenschaftler, Archäologe, was auch immer. Und sie fragen sich, weil er so mysteriös rüberkommt. Und das wird in den nächsten Bänden dann auch weitergeführt. Das ist auch ein interessantes Plottelement. Bei dem ich persönlich auch die Auflösung noch nicht weiß. Zack und Tash als Charaktere. Zunächst Zack Aranda in diesem Buch. Er ist der Junge. Er hat noch keinen allzu großen Charakter wirklich in diesem Roman. Das kommt dann noch in den nächsten. Aber im Grunde ist hier sein Charakter. Er ist so eher der Abenteuerlustige. Von den beiden. Und er fährt die ganze Zeit Hoverboard. Buchstäblich, er fliegt so ein Hoverboard aus Zurück in die Zukunft 2. Weil er ist ein junger Heranwachsender mit seinem Hoverboard und seinen Kumpels. Das, ja, macht Sinn. Und dann hätten wir Tash Aranda. Und sie ist in diesem Buch definitiv der Hauptcharakter. Zumindest hat, wir haben mehr aus ihrer Perspektive in diesem Buch. Sie ist interessant genug. Sie spürt eine Verbindung zur Macht. Quasi. Sie ist auf jeden Fall sehr interessiert an den Jedi-Rittern. Daher ist sie natürlich auch sehr aufgeregt, als sie Luke trifft und sieht, dass er ein Lichtschwert hat. Zwischen den beiden kommt es zu keinen allzu großen Gesprächen. Aber das ist schon mal interessant. Und ich weiß, was später im Expanded Universe aus ihr werden wird, auch wenn wir sie nach dieser Buchreihe niemals wieder in einer Geschichte sehen. Leider. Aber insgesamt sind das durchaus sympathische Charaktere. Wir haben gute Mysterien und Geheimnisse hier drin. Die Handlung ist durchwegs spannend. Eben wegen diesem Stilmittel mit jedes, buchstäblich jedes einzelne Kapitel endet auf so einem Cliffhanger. Einfach um Spannung zu machen, was als nächstes passiert. Das gefällt mir. So könnte ich im Leben nicht schreiben, weil das klingt extrem anstrengend, aber es ist gut. Macht sehr großen Spaß. Also, Galaxio 4.1 lebendig begraben. Definitive Empfehlung. Ist ein großartiges Buch.